hallo leute weiter geht's mit batman arkham asylem du 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 weiterspielen so jetzt muss ich noch gucken wie ich hier am besten hochkomme ah cool ok wie schonmal genau hier rein dann gehen wir mal hier durch so und so ich mal aaron cash oder wie hieß oh verdammt was denn jetzt hier los hier los was ist hier los oha was ist hier los da und bis solchen darüber kommen ich bin der blöde ok ich musste dann hier oben rein genau ich muss mir den weg noch merken habe ich glaube ich schon ne ja ok weiter oh cool ok ok jetzt muss ich hier hier rüber auch so ok Okay. Sie liegt genau unter dem Transferraum in der Intensivbehandlung. Der Fahrstuhl geht bis zu einem alten Abwasserrohr. Wir werfen nur jeden Tag Fleisch da rein und versuchen, ihn zu vergessen. Es ist abgeschlossen. Mehr Sicherheitsleute als beim Joker. Ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters kommst du da nicht rein. Er hat die Codes. Danke, Cash. Bleiben Sie hier und nähern Sie sich nicht den Pflanzen. Sie bringen sie um. Okay. Okay. Putz den auf der Karte markiert. Also ich muss wieder raus wahrscheinlich. Okay. Okay, 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 okay. So. Ja, klettern hier hoch. Das ist schon so in Ordnung. Und rein hier. Und dann gehen wir raus hier. Ich würde mal sagen, wir gehen gleich in die Intensivbehandlung und schauen uns nicht noch um oder so. Okay. Das ist alles Zeitverschwendung. Okay. Laden, 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 laden. Also muss ich wieder in die andere Richtung, eigentlich, ne? Das ist total unreal. Ich habe gleich gesehen, dass ihr das wollt. Lass dich nicht schlagen, Idiot. Das wird die Karte. Das wirst du spüren. Schlag ihn nieder. Ich steck dir das Ding so tief rein, dass du daran erkwickst. Ja, schlag ihn doch mal. Ah. Oh, verdammt. Scheiße. Das ist total zum Kotzen. Ich grüße meinen gefallenen Fein. Wie schlecht ich jetzt gespielt habe. Ah, ich mache schon weiter. Ah, ey, du wirst mich voll verarschen, oder? Das ist doch nicht lustig. Oh. 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 Das wird weh Oh man Ah fuck Du wirst da Löcher haben, wo früher dein Gesicht war Ist das alles was du kannst, Babs? Du bist tot, Babs Ah Geht's ihm gut? Lass dich nicht schlagen, Idiot Eich, gehst mir nachher um den Sack, ey Okay Sind wir alles übrigens gestopft Cool Gehen wir endlich weiter Das bringt ja nichts Batman, jeder Zugang zur Intensivbehandlung ist verschlossen Ich kann nichts tun, um die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen Da war ein Scharfschütze auf dem Dach Wenn der da raufgekommen ist, schaffe ich das auch Ja, klar schaffe ich das Ah Okay, das muss irgendwie klappen Ich geh mal da hinten lang Oh Gott, es ist hier dunkel hier hinten Da kennt man nichts mehr Okay, da ist schon mal nichts Kann ich von hier bis da Ähm Ah, verdammt Pass auf, ich fall jetzt nur runter Puh, nur Glück gehabt Ah, ich hab mit dem Bataring auszusehen geworfen Deswegen hab ich mich gehört Okay, okay, okay Oh Gott, es ist hier dunkel Das sieht man bestimmt auf dem Video gar nichts Ich sehe seismische Aktivitäten auf ganz Arkham Island Geht's dir gut? Ivys Pflanzen übernehmen die Kontrolle Ich muss sie aufhalten, bevor sie die Insel vollständig beherrschen Da ist ein Riddler-Trophäe Kein dummen Kommentar Kanalfleder-Maus Aha Okay, hier komm ich schon mal nicht durch Ach Gott, das wäre grad vorbei, ey Was ist das hier? Okay, kommt hier doch hier hoch Irgendwie Ja, genau Hm, das benutzt mir aber auch nichts, ne? Ah Aha Das hätte ich in dem dunklen Raum nicht gesehen, würde ich sagen Und diese Sicht da Oh Gott Na, für was ist das hier? Achso, das war nur ein anderer Weg für diese Riddler-Trophäe, okay So Machen wir mal das alles auf hier Oh, nicht schön wieder sowas Ihr wisst doch, ich bin doch nicht gut Sei da mal eigentlich noch Eine Minute noch Okay, dann geh ich da noch schnell hin Seid ihr fertig? Habt ihr den Springstoff schon passiert? Jawohl Razor ist gerade mit seinem fertig Gut Testen wir sie mal Nein Nein, ich bin doch hier Ah Oh Wieso verstärken wir den Sicherheitsdienst wieder? Joker will dieses Gebäude Fledermaus frei Wir haben die Tür versiegelt, es geht weder rein noch raus Okay, Leute, wir machen hier schnell mal einen Cut und ich überlege mir, wie wir da rüberkommen Alles klar, ciao, ciao Servus 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 Servus